Ja, und ich bin's wieder, Kezu Naehara, hier mit meinem Let's Play von Ace Attorney Investigations, Miles Edgeworth. Jetzt, äh, wir sind mitten dabei, die Aussagen von ehrenwerten Richter auseinanderzunehmen. Weltpremiere, und das ist immer noch so geil. Unseren lieben Zitronenbonbon Fresh, äh, die Richter auseinanderzunehmen. Ich mag den OP. Mütlich ist es möglich, dass man von der Toilette aus eine sitzende Person nicht sieht. Allerdings bedeutet das nicht, dass der Inspektor dort saß und sich aus dem Fenster blickte. Wie auch immer, ich verlass vorhin, über ein wichtigeres Detail auszusagen. Als ich die Toilette verließ, höllte ich ein lurchtes Ping vor einem Schuss. Das ist die Aussage von jemandem, der die Straftaten anderer beurteilt. Euer Ehren, könnten Sie die wichtigen Informationen das nächste Mal zuerst erzählen? Genau! Bevor Sie rumlaufen und andere verurteilen, sollten Sie Ihre Wortwahl überdenken. Huh! Ist doch nüt! Aber ehrlich, Sie mir hielt ich das nur für den Lärm des kleinen Knallkörpers! Jetzt, wo er es erwähnt, kurz vor dem Wiederbeginn der Verhandlung, redet er in der Tat davon. Oh, übrigens, hat jemand während der Pause Geburtstag gefeiert? Ich könnte schwören, dass ich Tischfeuerwerk hörte! Apropos Feuerwerk! Neulich hat mein Enkel mir... Der wichtigste Punkt in dieser Debatte ist der Zeitpunkt, als er in den Flur blickte. Und ob es mit dem Zeitpunkt übereinstimmte, dass die Pistole wirklich abgefeiert worden ist. Euer Ehren, wenn ich dürfte! Ich würde gerne ein paar Details in Ihrer Aussage abklären. Entkräftung! Was ich sah! Teil 2 Okay! Hm, das ist ja wirklich interessant. Und auch von wegen mit dem Knall. Greifen wir das mal an! Wie wir festgestellt haben, gingen Sie also während der Pause zur Toilette. Zu welchem Zeitpunkt während der Pause haben Sie jedoch in den Flur geschaut? Hm, nachdem ich die Pause einlötete, kümmerte ich mich um den Staatsanwaltswechsel. Vielleicht bis etwa 20 Minuten vor Wiederbeginn. Ja, das klingt gut. Hm. Ganz wie ich erwartet hatte. Was haben Sie erwartet? Und ich verlange zu wissen, wofür dieses allwissende Lächeln ist! Euer Ehren, Ihre Bemerkung von gerade eben ist sehr wichtig. Ich würde Sie bitten, Sie Ihrer Aussage hinzuzufügen. In Ordnung! Will Sie noch nicht bestehen? Mal sehen! Ich schaute ungefähr 20 Minuten vor Wiederbeginn in den Flur! Oh! Zu diesem Zeitpunkt will er auch diesen Knall gehört haben. Von wegen dem Schuss. Das steht dann wiederum in Debatte mit der Aussage von Inspector Bad. Ich kann Ihnen nicht erlauben, einen Einspruch zu erheben! What the fuck? Was? Euer Ehren, es tut mir wirklich leid, aber ich kann Ihnen nicht erlauben, mir nicht zu erlauben, einen Einspruch zu erheben. Gute Güte! Ich wurde überstimmt! Naja, auf eine einfache Art und Weise. Euer Ehren, Ihre Aussage hat zu viele Löcher für meinen Geschmack. What? 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 Was meinen Sie damit? Sie behaupteten, den Schuss während der Pause gehört zu haben. Aber das ist unmöglich. Herr Neuer Staatsanwalt empfohlen von Winfried von... Anstatt sich auf die Zunge zu beißen, sollten Sie lieber... Ich hab's nicht lesen können. Das war viel zu schnell, Franziska. Dass sie sich da nicht in die Zunge beißt? Wunder. Äh, well then. Wo war ich stehen geblieben? Ich sehe, du zeigst auch vor Senioren keine Gnade, Franziska. Hm, keine Widerworte. Oder es setzt ein Hieb mit der Peitsche auf deinen Rücken. Bei deiner Größe bräuchtest du dazu schon einen Trittleiter. Oder vier, um das zu bewerkstelligen. Ahem, Heldschmutz! Meine Ohren haben noch nicht den Geist aufgegeben. Ich kann immer noch gut hören. Und ich hörte den Schuss laut und deutlich mit einem eigenen zwei Ohren. Ha. Euer Ehren, ich habe hier eine interessante Aussage. Sie ist von Inspektor Bad. Demnach hörte er den Schuss kurz bevor die Verhandlung wieder aufgenommen worden ist. Was haben Sie denn gesagt? Euer Ehren, Sie sagten gerade, dass Sie den Schuss ungefähr 20 Minuten vor Wiederbeginn hörten. Wie erklären Sie sich diesen offensichtlichen Widerspruch? Denn das kann nicht sein! Unglücklicherweise ist das die Wahrheit. Aber ich hörte es ganz deutlich. Ping! Das laute Geräusch eines Schusses! Das Geräusch des Schusses! Wir kehren immer wieder zu diesem Streitpunkt zurück. Und dieses Beweisstück. Ich fragte mich ständig, warum ich es dort fand. Aber nun verstehe ich, was der Schuss, den der Richter gehört hat, wirklich war. Bedauerlicherweise, euer Ehren, ist dies, was in Wirklichkeit den Schuss erzeugte, den Sie hörten. Nämlich, was ich auch im letzten Part gesagt hatte, mit einer Vermutung, das Platzen eines Ballons. Ich fand dieses Objekt vorhin im Flur. Was ist das für eine pinke Substanz? Man sieht es nicht gleich, aber es ist in Wirklichkeit ein Stück von einem Ballon. Ich verstehe! Und ich vermute, Sie möchten, dass ich diesen Beweis vor Gericht zulasse! Euer Ehren, ich präsentiere diesen Beweis, um Ihre Aussage zu widerlegen. Bewusst! Euer Ehren, Ihre Argumentation ist wie folgt. Sie sahen niemanden im Flur, als Sie den Schuss hörten. Nun gibt es keine Garantie, dass der Inspektor zu diesem Zeitpunkt auf der Bank saß. Deshalb, deshalb glauben Sie, dass er am Tatort angeklagt Nummer 2 sein musste. Liege ich damit richtig? Ja, vollkommen! Hm, lassen Sie mich etwas fragen. Glauben Sie, dass der Schuss, den Sie hörten, haben, wirklich von einer echten Pistole kam? Ich denke, ich habe genug gesagt, sodass auch Sie den Rest selbst herausbekommen. Euer Ehren, Sie hielten das Platzen dieses Ballons für einen Pistolenschuss. Was für eine Gamera ist das? Guter Auftritt von dir, Miles Edgeworth. Aber ich an deiner Stelle hätte alles geklärt, bevor der Richter auch nur ausgesagt hätte. Würde es dich stören, zu erläutern, wie man etwas beendet, bevor es angefangen hat? Hm, nun, um ehrlich zu sein. Ich dachte schon, dass dieses Geräusch sich nicht so ganz wehlechter Schuss anhörte. Und wer hätte gedacht, dass jemand einen Ballon um so eine Mord platzen lässt? Das ist wahr. Normalerweise denkt man nicht an Ballons in Verbindung mit Gericht. Ähm, ich will diese Metzen bei dir wechseln. Das ist es. Den Ballon, den das Mädchen hielt. Er erklärt alles. Euer Ehren, wenn Sie sich dadurch besser fühlen, Sie loben kein einziges Mal. Allerdings kann ich auch nicht gerade für Ihre Genauigkeit bürgen. Hm, wir hätten gedacht, eine Aussage zu machen, so schwierig. Oh, jetzt will ich den armen Opi knuddeln. Und vor allem möchte ich seinen Bart mal anfassen. Der sieht flauschig aus. Was habe ich getan? Schöne, Inspektor, komm schon sehr, sehr große Entschuldigung. Ich werde höchstpersönlich seine Freundin aus dem Band tragen. Warten Sie. Es gibt immer noch ein paar Dinge bezüglich der Ereignisse in diesem Flur, die ich klären muss. Euer Ehren, ich bitte um die Erlaubnis, Inspektor Gamschuh weiter befragen zu dürfen. Äh, aber wieso? Ich dachte, wir hätten seine Unschuld bewiesen. Ob wir das getan haben oder nicht, kann ich derzeit noch nicht sagen. Das Einzige, was ich tun kann, ist mit meiner Suche nach der perfekten Erklärung fortzufahren. Und dafür muss ich die restlichen Unklarheiten in Bezug auf die Ereignisse in diesem Flur aufklären. Also gut, Gerichtsdiener, bringen Sie bitte Inspektor Gamschuh in den Gerichtssaal. Ich muss meine Aufgabe erfüllen und die perfekte Erklärung für diesen Fall finden. Well then, vielen Dank, euer Ehren, dass du uns die Ehre erteilst, nochmal den Verdächtigen zu befragen. 10. September, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 3. Danke, Gerichtsdiener. Was denn nun schon wieder? Ist bereits die Zeit für meine Verhandlung gekommen? Äh, ich habe es Ihnen doch bereits beim Billionen Mal gesagt, Kumpel. Ich war es nicht. Darüber werde ich urteilen, Inspektor Gamschuh. Nein, wirst du nicht. Ich werde darüber urteilen. Nein, 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 nein. Ich bin der Richter hier und ich werde darüber urteilen. Warum könnt ihr Jungs nicht etwas weniger verurteilend sein? Oh Mann, ey, wie im Kindergarten. Ja, nun, apropos vorschnelle Verurteilung, Inspektor Gamschuh. Ich befürchte, ich muss mich wegen meines billerhaften Urteilsvermögens entschuldigen. Euer Ehren, ich glaube nicht, dass Sie sich jetzt schon entschuldigen sollten. Wir müssen immer noch beweisen, dass er absolut keine Schuld an diesem Verbrechen trägt. Sicher nicht. Ähm, worüber reden Sie überhaupt? Auf jeden Fall. Würde ich Sie gerne bitten, über Ihre Aktivitäten auszusagen, während Sie wache standen. Und bitte denken Sie daran, dass Sie nicht vor Gericht stehen. Das gehört lediglich zur Ermittlung. Im Zuge dieser können Sie immer noch für unschuldig befunden werden. Falls Sie jedoch eine Falschaussage treffen sollten. Autsch! Wird meine Peitschner Einspruch erheben und zwar klar und deutlich. Ertappen wir sie beim Lügen, werden sie auf unbestimmte Zeit festgehalten. Verstanden? Hab's kapiert, Kumpel. Wenn man den Zustand des Tatorts und die Aussage des Richters bedenkt, ist das offensichtlich, dass Inspektor Gamschuh lügt. Und wenn ich seine Lüge nicht durchbrechen kann, werden wir nie in diesem Fall vorankommen. Also gut. Bitte sag nichts Falsches, Gamschuh. Auf Anweisung von Inspektor Batz komme ich zu diesem Gerichtsgebäude. Sobald ich hier ankam, befahl er mir vor Angeklagtenzimmern oder zwei Wachen zu stehen. Ab diesem Zeitpunkt, bis ich den Schuss hörte, stand ich die ganze Zeit immer auf dem Flur. Bei meiner Ehre als Inspektor schwöre ich, dass ich es nicht war, Kumpel. Immer noch die alte Leier. In dem Fall muss ich sie wohl mal richtig stimmen. Ich weiß, dass er lügt. Und es ist Zeit, dass ich die benötigten Informationen aus ihm rauskriege. Entkräftung! Während ich im Dienst war. So, dann wollen wir doch mal. Und erstmal nochmal den Mikro etwas weiter linksen. Stand ich die ganze Zeit auf dem Flur. Angriff! Sie behaupten, die ganze Zeit in diesem Gang gewesen zu sein. Trotzdem müssen sie doch irgendwas gemacht haben, während sie dort waren. Natürlich habe ich etwas getan. Ich habe die Tür zu Lobby Nummer 2 bewacht, Kumpel. Also gut. Und was genau gehört für sie zu dieser Tür bewachen dazu? Ähm, also, um es ganz einfach auszudrücken... Ah, ich weiß! Ich sollte von der Tür stehen und mich kein Zentimeter weit bewegen! Ach! Inspektor Gamschu, möchten Sie mir etwa erzählen, dass Sie sich keinen Schritt weit von der Tür zu Zimmer Nummer 2 entfernt haben? Möchten Sie das wirklich so aussagen? Sie haben es erfasst, Kumpel! Ich habe keinen einzigen Schritt von dieser Tür weggemacht, genau wie mir befohlen wurde! Warum sind alle plötzlich so still? Weil wir alle verblüfft und beeindruckt von ihrer unglaublichen Blödheit sind. Idiot! Wenn du uns schon eine Lüge auftischen willst, dann wenigstens eine glaubwürdigere! Autsch! Aber ich... Ich lüge nicht! Ich sollte mich beeilen und diese geistlose Zeugenaussage zu einem Ende bringen. Und bis ich den Schuss hatte, habe ich mich keinen einzigen Schritt von der Tür entfernt. Ah, okay. Okay. Well then. Mein Schritt von der Tür entfernt war... Ich hatte jetzt irgendwie... Äh... Geistige Blockade von wegen. Ist das jetzt wirklich neu hinzugefügt worden? Aber... Ja, es ist es. Also, ähm... Alles okay. Alles okay. Jedenfalls, der Abdruck, der hat sich hingesetzt, also hat er sich vom Fleck bewegt. Ich erhebe einen Einspruch. W-w-w-w-was ist dein Kumpel? Inspektor Ganshu. Ich frage mich, ob sie dies vielleicht wiedererkennen. Das wäre eigentlich auch eine Alternative gewesen, entweder den Handabdruck oder die Biskuitrolle. Also, es führte beides darauf hin. Hey, das ist einer dieser Snacks! Der Gerichtshaus Spezial Biskuitrollen, oder Kumpel? Hm. Exakt. Exakt. In diesem Fall vermute ich, dass sie sich ebenfalls an die verschmutzte Bank im Flur erinnern. Hey! Wissen Sie was? Ich glaube, das habe ich vermutlich... Wenn ich das habe, vermutlich nicht zu verantworten. Inspektor Ganshu! So wissen wir, dass wir das Gerichtsgebäude nicht verdecken dürfen! Du rücksichtlose, schläppiges Ferkel! Ja! Ich werde später sauber machen, ich schwöre es! Nun denn, wenn wir uns wieder den Ermittlungen zuwenden könnten, bezüglich der Tatsache, dass sie sich nicht einen einzigen Schritt von dieser Tür entfernt haben. Wenn das wirklich der Fall ist, wie waren sie dann in der Lage, Biskuitrollen zu kaufen? Oh! Außerdem, wenn du dich keinen einzigen Schritt von der Tür entfernt hast! Wie hast du es dann geschafft, die Bank mit deinem schmutzigen Hinten zu verdrecken? Naut! Wie es scheint, ist Franziskas Peitsche mächtiger als meine Worte allein. Okay, ich gestehe, Kumpel. Ich hatte Hunger, also kaufte ich mir eine Packung, klar? Ich dachte, man würde mich wieder zur Sau machen, wenn man es rausfände, dass... ich während der Arbeit esse, also wollte ich nichts sagen. Nun, zu Ihrem Pech sei ich! Wie sie diese heimtückische Tat begingen! Ich sah ganz deutlich, wie sie eine Packung Biskuitrollen am Automat kauften! Okay, okay, es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Aber das ist doch alles, für das ich mich entschuldige! Denn sonst verschweige ich nichts! Diese letztere Äußerung... Sie ergibt scheinbar Sinn. Aber da gibt es etwas, das ich nicht ganz glauben kann. Sind Sie sicher, dass Sie uns nicht noch weitere Informationen vorenthalten? Hä? Natürlich nicht! Ich habe sonst nichts zu verbergen, Kumpel! Hm. Oh, wenn da das doch nur wahr wäre, Inspektor Gamschu. Aber es ist wahr, Kumpel! Ich schwöre, dass es sonst nichts gibt! Inspektor, ich bin mir sicher, dass Sie sich über den Preis der Biskuitrollen im Klaren sind, oder? Hä? Ähm, wie hoch war der gleich nochmal, Kumpel? Der Snackertumat draußen im Flur verkauft Packungen mit zwei Biskuitrollen für 6 Dollar. Hm. Und dennoch hatten Sie laut eigenen Angaben kein Bargeld bei sich, bis Sie Ihren jährlichen Bonuscheck übereingelöst hatten. Stimmt das soweit? Wow. Da fragt man sich doch, wie Sie es allein geschafft haben, eine Packung zu kaufen. Könnten Sie mir diesbezüglich eine angemessene Erklärung liefern? Äh, ich sagte Ihnen doch, dass ich sie selbst gekauft habe, Kumpel! Es war niemand sonst mit mir im Flur. Also gab es auch keinen, der mir Geld hätte leihen können. Moment, sagen Sie nicht! Sie haben und ein Beweis, dass doch jemand im Flur war. Stimmt doch! Korrekt. Genau, ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass... als... Ja, mein... Natürlich habe ich das. Was? Wie? Welchen Beweis habe ich, dass sie noch eine Person im Flur aufgehalten haben muss? Oh Gott, ey! Schauen wir uns mal die Rolle an und wir dürfen ja nicht vergessen, bevor das in unseren Organizer kam, wurde das fallen gelassen von unserem kleinen süßen Mädchen, das uns getreten hat. Hey, das haben Sie mir doch erst vor zwei Sekunden gezeigt, Kumpel! Ach, ich glaube, Sie sind in der falschen Annahme, dass ich diese Biskuitrollen gekauft habe. Moment, wenn Sie sie nicht gekauft haben, dann haben Sie sie gestohlen! Sie Dieb! Was? So etwas würde ich niemals tun! Ihr Lügner seid doch alle gleich! Ihr wollt alle als Diebe an! Ihr seid ein verhaftet, Kumpel! Ich glaube, Sie wollten sagen, dass alle Diebe als Lügner anfangen. Und was sagt man in diesem Fall über Sie, Inspektor? Duh! Diese spezielle Biskuitrolle wurde von einem gewissen Jemand fallen lassen. Oh, es befanden sich zwei Rollen in dieser Packung. Sie aßen eine davon. Aber dann gaben Sie die andere Rolle an eine gewisse andere Person, nicht wahr? Aber auf keinen Fall, Kumpel! Sie sehen das komplett falsch! Ich habe beide gegessen! Ha! Erwischt! Es scheint, als hätten wir sie zuletzt doch noch ertappt. Ha! Da ist die Kleine, ja? Und sie macht einen auf Kumpfupen! Hey, warum Sie es ja nicht, diesem Mädchen etwas anzutun? So wie es aussieht, kennen sich die beiden also doch. Also, warum kommst du immer her und trittst mich? Habe ich dir etwas getan? Ich habe einen Namen! Nämlich Kay! Kay, und weiter? Kay Faraday! Faraday? Bist du vielleicht die Tochter von Herrn Faraday? Ich bin keine Du! Ich bin Kay! Hm, Kay. Weißt du, kleine brave Mädchen treten keine anderen Menschen. Vor allem nicht hart genug, um große, fiese Blutergüsse zu hinterlassen, wie du es tust. Tja, dann hättest du ihm Gammel nicht unter Arrest stellen sollen, Mister! Gammel? Ah, jetzt wissen wir, woher dieser eine Spitzname kommt. Hat sie sich einfach mal ausgedacht. Wie schön ist es, dass sie damit den Spektor Gamschuh meint! No shit, Richter! Was für einen niedlichen Spitznamen du zu ihm gegeben hast! Gammel hat nichts Falsches gemacht! Kay! Anscheinend muss ich sie noch ein bisschen gründlicher befragen. Gammel! Oh, sie bleibt endlich mal da, wo sie ist. Das heißt, wir können endlich mit Kay reden. Bevor wir dies aber machen, beende ich hier nochmal den Part. Das war's von meiner Seite und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!